Also, so im Moment lang hatte ich jetzt Angst, warum schießen denn die in die Richtung? Schießen die jetzt auf meine eigene Basis? Ja, ja, ich glaube die Diskussion ist dann durch. Was ist denn mein Ding? Könnest du das mal reparieren? Boah, boah, es regnet. Ich hoffe, ihr habt einen Schirm dabei. Du musst aber nicht mehr angriffen, Handy. Das Problem ist, das Ding wird dauernd repariert von dem Teil. Na, da kann es wenigstens nichts anderes machen. Ähm, wir müssen auf ein Beinahe ein Schiff. Ja. Vielleicht jetzt befürchtet, dass es langsam passiert. Aber das ist klar zu... Ich fahr mal auf. Irgendwas ist under attack. Irgendwie war ich in meine Basis. Ui. Das ist ja noch drin, nicht mehr viel, aber über einen reicht es noch. Über einen MLS reicht es noch. Der Gegner hat eine LRG gehackt. Nein, das funktioniert hier nicht in dem Spiel. Ja, guck, das müssen wir mal stoppen. Geh stattdessen mal zur Reparatur hin. Wir sehen ja schon mal sehr repariert aus. Hey, Artillerie. Aber nicht genug. Du bist direkt gefördert, was? Du bist direkt gefördert. Egal. Schießen mal. So, das hört ihr alle. Ne, das ist ja alle so nicht. Aber gleich. Na, nicht so wirklich. Gut. Du baust dich mal hier auf. Das ist leer. Das ist gleich leer. Oh, das reicht für noch eine. Da kann man jetzt nichts machen, ne? Dann können wir das hier noch verkaufen. Bringt noch 250. 600 jetzt. Reicht leider nicht für noch eine. Leider reicht das nicht für noch eine. Bau mal auf hier. Brauche ich das noch? Was brauche ich denn überhaupt noch? Das brauche ich auf jeden Fall. Wenn ich das noch verkaufen könnte. Vier. Mir fehlen vier. Wozu glaube ich denn mal was ausgeben, dass er vier macht? Schönen ruhig. Oh, ich kann ja nicht verkaufen. Oh, nein. Oh. Irgendwie haben die Angriffe so leicht aufgehört. Ich muss mir ein bisschen sorgen. Das macht mir doch schon so ein bisschen Sorgen. Das ist mir sowohl nicht jetzt der erste Fall, dass der das was mehr hat. Oh, nein. Wir rollen Ihre Ordnung, Sir. Gut, dann gehen wir jetzt mal aufräumen. Gefangene am Strand. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt. Ich muss doch einmal so ruhig. Das wird es aber nicht jetzt sein, dass wir im Feind die Ressourcen ausgegangen sind. Das wäre ja albern. Der steht da immer noch. Tatsächlich. Verrückt. Verrückt. Wart mal kurz. Du wirst doch erst, wenn du schießt, sichtbar. Äh, laufen lieber hier rechts drum. Geh jetzt mal kurz auf Erkundungstour. Äh, hm. Wart mal so ruhig. Was ist denn los? Das ist mir jetzt auch nicht wirklich, dass der Gegner kein Geld mehr hat. Das ist ja... Das wäre ja absurd. Das wäre gar nicht so absurd. Wart mal, ich kann dich doch in den Helikopter stopfen. Hm. Steht noch so ein bisschen scheiße rum, aber... Hm. Hm. Das willst du nicht wirklich erzählen, dass der... Okay, Eagles Nest. We're just a few clicks away. Hm. What do you need, Eagles Nest? Wie ist denn da noch so? Ein bisschen Zeug. Ich muss ja gleich auch mal wegradieren. Aber erst mal platziere ich dich schon wieder so, dass ich dich sehen kann. Ich warte mal noch, bevor ich irgendwas baue. Und... Was ist jetzt mein... Du kannst doch auch Leute gefangen haben. Ja. Was ist das? Lass die mal alle raus. Die richtige Taste drücken, funktioniert es sogar. Ich will meine Basis jetzt auch ohne Türme sicher ist. Wow. Also das MLS ist schon ein bisschen... ...überzogen. Das ist teuer und man muss es erst mal schaffen zu bauen, aber... ...da fuck. Ich weiß auf jeden Fall, wie man aufrundt. So. Artillerie habe ich... ...zweimal, dreimal, zweimal. Um 5 ab. Ich könnte auch einfach da unten gucken, anstatt hier zu zählen, aber... ...das wäre ja langweilig. So. Jetzt gehen wir mal stückweise hier vor. Keine Hektik jetzt. So. Wo sind denn da Feinde? Da sind Feinde. Ich habe Haubitzen mit... Wie viel waren das? 155 Millimeter? Steht das hier? Ne. Steht nur hier. 155 Millimeter Set getriebene Haubitzen. Mehrfach Rackier. Okay. Haubitzen hat gar nicht mal so die hohe Reichweite, wie ich sehe. Okay. Ziem. Ja. Ja. Okay. Da haben wir doch auch irgendwas gestanden, oder? Panze lassen halt nicht viel zum... ...Gefangenen nehmen übrig. Das ist... ...I can't get access to any of our accounts. I'm surprised, I didn't try that before. Try to get around the security code. In the meantime, let's take as many prisoners as we can. Hm. Die lassen halt nichts übrig, dass man Gefangenen nehmen könnte. Verstehe ich gar nicht. Wenn man Leuten mit 155 Millimeter ins Gesicht schießt, sollten die das doch überleben. Habe ich in Command & Conga gelernt. Voll unrealistisch, dieses Spiel hier. Ja. What do you need? What do you need? The Eagle's Nest. Target is inside. Abrams under your command. The Eagle's Nest. Target is locked. Waiting for instructions, sir. K-Wan Ele rabble is locked. We roll on your order, sir. Hm. What do you need? We roll on your order, sir. Ihr rollt jetzt mal auf. Ihr macht euch schon mal lange. Wo kommt ihr denn jetzt wieder her? Also wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Schöne Hütten. Wo sind jetzt so Strohhütten? Die waren glaube ich nicht so teuer. Glaub ich. W2 irgendwie weit vorne stehen und der Rest irgendwo hinten in der Pampa. So wie immer im Spiel. Na doch. Die machen so ganz gut Schaden gegen Gebäude. Wo ist denn da sonst noch was? Was haben wir da unten noch so? Außer eine komische. Da ist jetzt nicht irgendwie neues Zeug spawnen. Ich bin bei dem Spiel halt echt nicht wundern. Weil spawnen sie auch einfach hier irgendwo und fahren dann übers Wasser an Land. Möchte ich auch nicht ausschließen. Das steht da noch voll. Und die haben nie. Die kamen wo die Sprecher kamen. Die hier ist oben wie wirklich hießt ne. Alles klar. Geut. Dann kann ich jetzt mich angucken. Da fuck wo kommt. Ich hab da. Wo kommen die jetzt her? Die müssen doch irgendwo her kommen. Die spawnen da einfach. Oder? Das ist doch die Erklärung. Wahrscheinlich spawnen die erst weil ich da runter geflogen bin. Weil ich nicht da runter geflogen würden sie nicht spawnen oder sowas. Ich hatte irgendwie gehofft dass ich da so ein bisschen Geld dafür bekomme. Aber die Panzer haben offensichtlich alles aufgeräumt. Wo auch immer die her kommen. Dann würde ich sagen. Wann hab ich denn von den Dingern? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja. Bauen wir noch eine Athletatie. Verkaufen mal nicht unser mein Gebäude. Ich weiß zwar nicht was ich damit noch machen können sollen und tun würden möchten. Aber vielleicht brauchen wir es jetzt doch noch. So. 5 breadlives. Gut. Schön behutsam weitermachen. Wir wollen keine Katastrophe heraufbeschwören. Was haben wir denn da hinten noch so? Schon mal nix. Auf dem Strand haben wir zwei so Types. Wir hatten da zwei Types. Die wollen noch leben? Sparen nichts. Sparen nichts. Sparen nichts. Sparen nichts. Sie fahren hier die Meppe. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber ich bin auch so gespannt. Oh. Statt mal da hoch. Uhhh.. Ich bin da hingeworholt. Hier steht nur noch eine auffretende? Bei mir steht nur ein haufen Zeug. Das rufen wir immer weg. gucken ob du das auch repariert bekommen ich bin ja ein bisschen skeptisch na das sieht sehr schwierig aus das tut dem augen weh die referieren da gut gegen muss ich sagen sie landen halt nicht wollen wir das jetzt wieder auf oder muss man jetzt ganz nach vorne fahren natürlich ein bisschen gefährlich jetzt so sieht es denn jetzt aus noch mehr nicht alle schließen so könnte es dir jetzt mal das noch platt machen zu klein ich treffe ich doch als größeres hast du mal darauf schießen das soll ich besser treffen es ist größer ja sehr viel viel besser apropos hier doch noch irgendeine kanone die scheinbar schon weg okay apropos weg erst mal speichern das sind meine typen die ich nicht verlieren darf drin was haben wir hier drüben noch hier hat mir doch irgendwelche anzeigen wassertank hallo es regnet aufpassen uns wird wieder nass schade dass der turm kaputt ist scheinbar aufpassen okay wir fliegen doch mal weg das ist na ne macht tatsächlich keine probleme mit der aufnahme auch ein so moment lang so wirkt ich glaube der feind hat wirklich kein geld mehr das ist ja verrückt spieler der feind kein geld mehr hat das ist ja earth 2040 oder 50 was ist das überhaupt in earth 2060 ist da auch nur begrenzt geld oder so jetzt aber jetzt schon alle schießen jetzt sollt ihr das doch mal irgendwie so treffen ihr kannst aber achso reparieren kostet hier kein geld findet ihr nur ich das unangenehm in den augen oder ist das auch bei euch so der fall könnt ihr mal aufhören so daneben zu schießen ein bisschen präziser vielleicht schwierig 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 glaube ich ach komm schon ich habe elf von diesen dingern die raketen schießen irgendwie treffen die es nicht schon irgendwie kritische sache jetzt aber gleich jetzt gleich irgendwann wir werden immer beschussfeste richter das sind die mindeststandards standard schreibt man mit d am ende du kackspaten ey gleich mal bannen wir nicht drehen nicht drehen nicht den chat drehen so ist hier noch irgendwas das wir wieder aufgebaut haben nein gut speichern wir nochmal schön entspannt gut sagen die wirksam gegen alles ich habe das gefühl dass die die mein helikopter sehen ja bitte beenden das 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 das